Nicht jeder, der die Dreadlocks pflegt, ist auch am Kiffen. Nicht jeder, der zur Demo geht, steht wirklich links. Wer einen feinen Anzug trägt, spricht nicht geschliffen. Das wird hier klar nachts an der Bar nach ein paar Drinks. Nicht jeder passt in das Klischee, das ich bei Justin immer seh. Nicht jeder Kevin oder Gavin bleibt sich gleich. Auch die Schöneier und Chantal ist nicht die gleiche überall. Man zeigt Profilhalt, diese Vielfalt macht uns reich. Der Sehnerv begreift's nicht, beschert uns per Dropkick. Ganz fleißig und eifrig, die Täuschung der Optik. Nicht jeder, der die Hand aufhält, hat's wirklich nötig. Nicht jeder, der ihm Spenden gibt, hat sehr viel Geld. Nicht jeder, der gefeiert wird, war wirklich tätig, hat oft den Blick auf echte Händen bloß verstellt. Nicht jeder Fürstkart Theodol kommt mir so furchtbar edel vor. Manche Baronin fand man schon in Apathie. Manch großer Industrie-Tycoon verliert bald alles im Typhoon. Der Sehnerv begreift's nicht, beschert uns per Dropkick. Ganz fleißig und eifrig, die Täuschung der Optik. Da gibt's nur einen, der uns sieht, wie wir wirklich sind. Denn seine Augen, die sind nicht wie die unseren Blind. Er hat den Einblick und den Durchblick bis auf den Grund. Er sieht Schattierungen von schwarz-grau bis knallig-bunt. Sein Sehnerv versteht das, denn er hat's erfunden. Und fragst du, wie geht's das, nur mit ihm verbunden. Und fragst du, wie geht's das, nur mit ihm verbunden.